Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Patrick Neukirch und wenn du als Selbstständiger oder Unternehmer noch nicht die Chance, vielleicht sogar die letzte Chance genutzt hast, um dich mit mentalen und emotionalen Skills auszurüsten, beziehungsweise auch Altlasten wie Unsicherheiten, Ängste, Selbstkritik, Selbstsabotage loszuwerden, dann werden die nächsten Wochen und Monate möglicherweise sehr, sehr schwierig für dich. Ich möchte dir natürlich drei Mindsets bzw. Schlüsselgedanken mitgeben und damit auch ein Fundament, damit du durch die nächsten Wochen kommst, aber ich möchte dir auch bewusst machen, was da auf dich zukommt und warum ich sage, es ist möglicherweise deine letzte Chance, denn dir wird nicht entgangen sein, in welcher Situation wir uns aktuell befinden und die Situation ist so, ich sage jetzt mal, intensiv und auch wichtig, weil wir schon 2020 eine gewisse Situation hatten, an die du dich erinnern wirst, wo auch wir da adaptieren mussten und schauen mussten, woran wir sind und wie wir jetzt noch weiter unsere Dienstleistung, unsere Produkte an den Mann bringen können. Doch wir haben das gut gemeistert. Dennoch sind viele Folgewirkungen und Folgeprobleme entstanden, die auch heute noch präsent sind. Und zu diesen Problemen hat sich ein weiterer Baum an Problemen hinzugesellt, vor allem seit Anfang des Jahres. Und es ist jetzt nicht mehr nur ein großes Problem, sondern es sind viele Probleme, die wir jetzt bewältigen müssen, die uns, dich, aber vielleicht auch deine Kunden und Mitarbeiter ganz, ganz arg beeinflussen. Und sie beeinflussen sie vielleicht beim Thema Geld, beim Thema Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Und diese Unsicherheiten, Sorgen, Nöte werden deine Mitarbeiter, wie auch deine Kunden bei dir ablassen. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, gutes Leadership an den Tag zu legen. Für dich als Geschäftsführer, wenn du Mitarbeiter hast, aber auch als Dienstleister deinen Kunden gegenüber. Du musst ihnen die Sicherheit geben, dass alles gut wird, dass sie die richtige Investition tätigen, von der ich ausgehe, dass sie die richtige ist. Aber dir muss bewusst sein, dass wenn du eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietest, welches entbehrlich ist, gerade in schwierigen Zeiten, oder du Kunden bedienst, die vielleicht gerade durch Engpässe und fehlende Rohstoffe benachteiligt sind und vielleicht dadurch natürlich auch in Zahlungsunfähigkeit geraten, sie auch ihre Ängste, Sorgen und Nöte bei dir ablassen werden. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten wird dir bewusst sein, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und die Frage wird sein, möchtest du zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören? Denn schwierige Zeiten formen nicht Lieder, führungsstarke Menschen oder grundsätzlich starke Persönlichkeiten. Schwierige Zeiten decken starke Persönlichkeiten auf und decken genauso schwache Persönlichkeiten auf. Und was brauchst du, um als starke Führungsperson durch diese Zeit zu kommen? Punkt Nummer eins ist, dass du den Mut aufbringst und auch entwickelst, aufzustehen und Präsenz zu zeigen. Präsenz gegenüber deinen Mitarbeitern, Präsenz gegenüber deinen Kunden. Präsenz gegenüber deinen Kunden meint, dass du deinen Support erweiterst, dass du ihn intensivierst, dass du nach Lösungen für deine Mitarbeiter suchst, wenn du in der Lage bist, sie anzubieten. Dazu gehört aber auch, die nötigen Kapazitäten aufzubauen, weil du Auffangbecken für eben diese Ängste und Sorgen sein wirst. Kapazitäten mit diesen Ängsten umzugehen und gleichzeitig die Kapazität Mut, Optimismus, Zuversicht in dir zu kultivieren. Und nochmal, wenn du Ängste aus der Vergangenheit, Unsicherheiten noch nicht losgeworden bist, dann werden sie auch auf dich eintreffen. Diese Welle an Emotionen in dir selbst, aber die auch von außen auf dich einprallt, musst du bewältigen können. Du musst dieser Fels in der Brandung sein. Und wenn du das nicht kannst, vor allem wenn du Punkt zwei nicht schaffst, nämlich radikalen Optimismus an den Tag zu legen, dann wird dich Angst lähmen. Angst lähmt nicht nur, Angst verengt deinen Blickwinkel. Alles sieht eindimensional aus. Du bist wie diese Gazelle in der Steppe, wo alles wie ein Löwe aussieht, was sich gerade eben kurz bewegt hat. Du wirst also dich nicht darauf konzentrieren können, in einen kreativen Schaffungsprozess zu kommen, zu adaptieren, agil zu sein, zu antizipieren, sondern du wirst ständig auf der Hut vor dem Löwen sein. Ständig die Sorgen, Ängste deiner Mitarbeiter sehen, deiner Kunden sehen und entsprechend selbst auch die Beweise dafür, dass gerade ganz, ganz schwierige Zeiten sind, wahrnehmen. Und unser Gehirn ist so gepolt, dass das, worauf wir uns fokussieren, immer ganz präsent wird. Aber auf der anderen Seite auch unser Gehirn versucht, Belege für das zu finden, woran wir gerade denken und glauben. Dementsprechend ist es umso wichtiger, dass du jetzt anfängst, dich mit dir und deinen Themen zu beschäftigen und dich auszurüsten, mental wie auch emotional, für das alles, was kommt. Denn mach dir bewusst, Emotionen zu zeigen, ist ja völlig in Ordnung. Was du aber nicht zeigen solltest, ist Angst, auch wenn du sie hast. Es ist okay, Angst zu haben, aber es ist nicht okay, sie zu zeigen. Vor allem nicht, wenn du Mitarbeiter hast. Und das ist unheimlich wichtig zu verstehen. Übrigens, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, ein Team hast und dich das Thema Leadership interessiert, du also in deiner Führungsrolle noch besser, effektiver sein möchtest, du herausfinden möchtest, worauf es ankommt bei der Mitarbeiterführung, dann schau in die Beschreibung, und da findest du meinen zweiten YouTube-Kanal namens Excellent Executive. Und da geht es um dich, deine Führungsrolle, deine Führungsqualitäten, wie du diese kultivierst und zu einem richtig starken Leader wirst. Aber kommen wir zurück zu Punkt Nummer 3. Du musst in der Lage sein, Integrität zu wahren und faktenorientiert zu bleiben. Integrität meint, dass Worte und Taten in einer Linie stehen. Du tust, was du sagst. Der Punkt ist aber der, vielleicht wirst du aus eigener Erfahrung mir zustimmen können, nämlich, wenn wir Angst haben, agieren wir nicht immer so, wie wir gerne agieren würden. Wir zeigen Übersprungshandlungen, vielleicht sabotieren wir uns selbst durch irgendwelche Dinge, weil die Unsicherheit unserer aktuellen Bekanntensituation ist uns viel lieber als die Unsicherheit der Unbekannten Situation. Deswegen sabotieren wir uns selbst, prokrastinieren, schaffen Konflikte, die vorher gar nicht da waren. Wir lassen das Ego übernehmen und tun Dinge, für die wir uns später tatsächlich ärgern. Faktenorientierung ist auch schwierig, wenn wir Ängste haben, weil, wie gerade eben erwähnt, entsteht eine sehr eindimensionale Welt. Und das Einzige, worauf du achtest, ist der Löwe und nicht mehr darauf, ob das, was du da siehst, auch wirklich objektiv und eine realistische Darstellung der Wirklichkeit ist. Und das ist unheimlich wichtig. Du musst kreative Schöpfungs- und Schaffungsprozesse ermöglichen, für dich selbst, aber auch für dein Team. Du musst antizipieren können, adaptieren können, agil sein. Du musst vor allem alles als Möglichkeit und Chance sehen. Das kannst du aber nicht, wenn du von Angst geprägt bist. Und wenn du diese drei Punkte beachtest und versuchst, dich in diese Rolle hineinzubringen, hineinzuwachsen und dich sicher in dieser Rolle zu fühlen, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit und auch noch genügend Zeit, um dich vorzubereiten, dein Team vorzubereiten, dein Unternehmen vorzubereiten. Aber wisse, dass Altlasten unbedingt aus der Welt geschaffen werden müssen, damit Platz ist für Neues. Damit du die nötigen Werkzeuge aufnehmen, aber auch die Nutzung dieser Werkzeuge erlernen kannst, um nicht erst in sechs Monaten, wenn dann die Hütte schon brennt, anfangen zu löschen, sondern bereits jetzt Brandschutz um dein Haus herum etablierst. Ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel. Klingt irgendwie komisch, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also, wenn du Hilfe dabei benötigst, deine Altlasten loszuwerden, dich darauf vorzubereiten, mentale, emotionale Skills als Werkzeuge zu benutzen und dich vor allem darin zu üben, gerade in stressigen Situationen, in schwierigen Situationen, mit den engsten Sorgen und Nöten anderer umzugehen, gleichzeitig aber auch deinen kreativen Schöpfungsprozess zu behalten, dann trag dich einfach ein kostenloses Erstgespräch. Du findest den Link in der Beschreibung. Wir helfen dir genau an dieser Stelle erstmal durch eine Analyse deiner aktuellen Situation. Dann aber können wir herausfinden, genau welche Qualitäten du hast. Das Ganze evidenzbasiert durch ein statistisches Verfahren. Und dann helfen wir dir natürlich, all das, was dir im Weg steht, wegzuräumen, sodass du dann wirklich weiter gesund wachsen kannst und sicher durch die nächsten Monate und Jahre kommst. Wenn du Lust drauf hast, dann trag dich ein. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Abonnement und natürlich auch über Kommentare. Und wenn du das Video teilst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Patrick. Ciao. Dein Patrick.